Wenn wir etwas verändern wollen, wenn wir etwas besser haben wollen, dann werden wir das im Virtuellen zumindest zunächst mal tun müssen, vielleicht sogar aber auch hauptsächlich, denn im Realen geht es nun mal nicht. Da haben wir eine Menschheitsgeschichte von gescheiterten Versuchen hinter uns. Das Internet, natürlich, ist dieser Ort das erste Mal konkret auch, den wir dafür haben, geschaffen haben, aufgrund der 68er-Erfahrung von kalifornischen 68ern. Und dadurch wird sich alles verändern. Also auch zum Beispiel die Beziehungen der Menschen untereinander, die werden virtueller sein. Nicht mehr so, wie es bei uns noch auszusehen schien, womit wir aber auch gescheitert sind. Da gab es ja diese Form von Befreiung der Sexualität scheinbar. In Wirklichkeit war das sehr viel mehr. Es war eine Virtualisierung der Sexualität, die ihn damit einsetzte. Aber die musste wohl durch diese Phase dieser entfesselten Form von materieller Sexualität gehen. Ich würde sagen, die physische Sexualität ist sehr durch die 68er beeinträchtigt worden. Das sagen zwar manche Leute anders, aber in Wirklichkeit ist es so. Aber die virtuelle Sexualität ist extrem als Explosion geradezu von ihnen freigesetzt worden. Und da sind natürlich die ganzen Leute, die da mit ihrem Klemmzeug, mit ihrem trostlosen Zeug und mit ihrem schlechten Leben eben natürlich sich betätigen, virtuell betätigen, sind da natürlich zugange, ja klar. Und dieses Prinzip kannst du nicht irgendwo einschränken. Du kannst nicht sagen, die Bösen dürfen aber nicht. Das geht natürlich nicht. Sondern das Prinzip ist, alles voneinander zu wissen. Dass dann manche was Böses machen können, das gehört zu dem Risiko, dass einer solchen offenen, einer solchen, wenn du so willst, hochkommunikativen Gesellschaft natürlich innewohnen wird. Vielen Dank.